..ciekse Ja wie jetzt, normales Intro was, was soll das denn ja i Ja, was geht, meine Freunde? Willkommen zu einem absoluten Liebnisformat hier auf YouTube, der Nicht-Lachen-Challenge mit dem absoluten fastesten YouTuber auf ganz Deutschland. Was geht ab? Wir reden von der Wi-Fi-Day. Genau, der Typ ist wieder mit dabei, Leute. Wir haben uns heute wieder extrem lustig mit Kacke rausgesucht und hoffen, dass das Video diesmal monetarisiert wird. Der letzte Mal hat irgendein Affe es geclamed. Na ja, schade. Bei mir die letzten zwei war. Grüß ihn raus. Gut, freu dich über die 30 Euro, die du im Monat gemacht hast. Januar, da lohnt sich das nicht so sehr. Ich würde sagen, wir beginnen direkt mit dem ersten Video, Leute, denn ich habe hier etwas für ihr Wi-Fi rausgesucht, was auf jeden Fall zeigt, wie unglaublich durch dieser Junge ist. Lukas, bist du bereit für eine weitere Wi-Fi-Day-YouTube-Kacke? Als ob wir jetzt von mir eine YouTube-Kacke gucken, Mann. Ja, richtig. Auf geht's. 3, 2, 1 und los. Get up, ey, wir waren am Start. Und herzlich willkommen zu einem neuen Kanal. Fünfer-Bimweh. Mac-Buchsen, iPad und ein paar Äpfel. Komplett behindert. Ich fahre tausend YouTuber, die sich... Ah, mani-Uhr. Genau dasselbe. Wir fangen direkt an. Ja, ist okay, Mann. Das ist so hässlich. Ich wollte gerade gehen, aber dann habe ich vergessen. Sag doch einfach nur, ich habe eine Reiterin gerne die Pferdescheiße in den Arsch reinschieben. Und irgendwie, das ist Familie, halt. Danke dafür. Ich gehe jetzt erst mal duschen. Ich habe gewassen. Warum? Was ist denn los? Naja, ich bin gestern im Suft durch so eine voll-heule-Autowaschanlage gefahren. Seit wann hast du ein Fahrrad? Das ist ja das Problem. Ich habe nur ein Auto. Ey, das müssen wir... Gut, ich würde sagen, das reicht an dieser Stelle auch. Oh mein Gott, die letzte Frage war auf jeden Fall der, dass du sohst oder sehst, Leute. Das ist immer eine große Frage in diesem Universum. Ich würde sagen, wenn ihr mehr davon sehen wollt, schaut auf jeden Fall bei Lukas vorbei. Ich habe einfach wieder geheult vor Lachen, Mann. Lukas? Äh, ja, hallo? Ich hätte echt gerne einen anderen Kandidaten, mit dem ich das Format hier mache. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao, ciao, tschüss. Ciao. Ciao.